hey yo zusammen und herzlich willkommen zu let's play der herr der ringe die schlachte mit der erde 2 aufstieg des hexenkönigs ringkriegen mit den menschen ja 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 so schaut's aus so das passt ich habe noch ein paar schlachten zu schlagen die alle ziemlich bescheiden sind das in der ersten runde 3 und das sieht jetzt schon schlecht aus ich glaube ich fange erstmal damit an weil das kriege ich glaube ich ganz gut hin mit etwas glück kann ich vielleicht sogar einen baumeister töten das wäre mein erster das ist das was ich als erstes probieren möchte den baumeister töten und dann schauen wir mal wie das klappt und ob es klappt oder ob es nicht klappt so gut hier geht da lang du gehst da lang du baust hier das und dann das so zack 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 machen wir so so oft zudem da ok mal sehen ob ich den baumeister finde ich würde es begrüßen der kann sich um den drachen kümmern ja ja das machst du jetzt so wo wo sind die baumeister da ist einer ok das gewinnt ja auch ohne fähigkeit sehr gut so das dürfte den gegner natürlich ziemlich zurückwerfen wenn ich das gebäude sofort zerstöre leider kommt er jetzt gleich ich sehe ich das ja die kommt doch gerade raus trotzdem möchte ich versuchen das gebäude zu töten einfach weil es mir ein level abgibt oder auch nicht aha sehr interessant gut hätte es eigentlich geben müssen gab es leider nicht sehr bedauerlich ich glaube da unten hat es irgendwie orks vielleicht kann man da leveln schade ich dachte gebäude zu zerstören gibt level aber anscheinend nicht na gut ok ich werde mich da oben aufbauen der brunnen hier macht absolut gar keinen sinn das war dumme entscheidung leider kein baumeister erwischt aber na gut da sind die orks so das sollten die natürlich gewinnen die schwertkämpfer weil die schwertkämpfer gut sind gegen so bummskram der kann auf normal der braucht gar kein extra damage da noch was bauen ich weiß das sieht gerade nicht schön aus ist aber egal die muss ich ausrüsten das wollte ich noch machen richtig darf ich nicht vergessen wichtig das ist so du machst jetzt das da und greifst bitte den da an du greifst bitte den da an du gehst defensiv drauf und dann heilen wir noch mal so gut das haben wir geschafft sehr schön den dorthin den dorthin euch dorthin und dahin ihr könnts da so hin die machen da das machen die doch oder ja ok ich brauche geld sehr schön ja ja so level ab wir haben viel zu tun und das da so das ist die wildeste ne ihr wisst schon was ich sagen will stadt whatever aber so ist es halt so da müsst ihr angreifen so wäre natürlich schön wenn ihr auch wirklich da angreift wo ihr angreifen sollt aber naja mal schauen so das haben wir verteidigt ähm gut oh jetzt kommen seine reiter oh 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 von was ok du musst da angreifen das ist wichtig ok so leben meine reiter noch ganz knapp das ist natürlich nicht gut ganz knapp ist ist ganz schlecht ja toll stimmt schon wieder alles weg kann ich bitte erntesägen und eisenerz haben danke eisenerz ja ja so ok das halten die aber aus sehr schön wollt ihr da angreifen nein ok keine ahnung was das soll aber das gefällt mir nicht na gut ne wir sind da halt durchgebrochen und machen jetzt hier irgendwelchen quatschkram können sie ja auch ne so keine ahnung wo sie da jetzt was machen oder warum aber sie machen es wo sind sie jetzt die reiter weg gibt's nicht mehr sind irgendwo auch sehr interessant so ja eine statue wäre noch ganz gut das da wäre noch ganz gut irgendwie ist das ein sehr seltsames Zeug was er da mit seinen Reitern anstellt ihr müsst nicht alle da hinterher ja das hebe ich mir auf ja du musst da auch nicht hinterher das reicht wenn ihr das so macht das reicht wenn ihr die so angreift so wo sind meine Reiter sterben das ist nicht gut und ich brauche ja 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 macht's da mal so ok aha lebt noch gut ok passt sehr interessant ach schwierig so so ich hätte hier gerne ein Türmchen ich hätte hier gerne ein Türmchen ok die leben noch aber nicht mehr lange der Brunnen ist schon wie tot gut sie haben angegriffen sie haben angegriffen so so genau ganz viel Krieg so du ziehst dich mal zurück damit noch mehr kaputt das tut sehr weh aber ist ja noch nicht verloren so so auch sehr interessant mehr Geld ok ja hier mitten in diesen Bonus vom Gegner zu kämpfen ist natürlich nicht gut aber naja so ist es halt dass der das schon wieder haben darf ist halt auch böse das ist echt böse ich weiß was wir brauchen na gut so ist es halt die Reiter der Reiter leben noch stehen da ein bisserl wie der Ochs vorm Berg aber ok so mach mal du wirst sie heilen ja dann heilen sie so mach da mal kaputt so eigentlich wollte ich ja meine Reiter ausrüsten das läuft grad nicht so gut ja dann nehmen wir halt diese Billig-Sperre ist auch egal so Schmiede das macht guten Damage sehr schön wollt ihr da mal lang gehen so so aha dann können wir da mal reinrennen ok 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 noch ein bisschen boosten schöner Schaden wollte die Reiter töten das wäre natürlich sehr schön ne schon die Reiter töten so Aragon mal zurückziehen so mal zurückziehen so ihr bitte nicht sterben ne ne hier gehts mal nach hinten Aragon bleibt noch da wegen der Führerschaft ne ok so dann Tom Bombardier ich würde gerne ich würde gerne den Baumeister töten das wäre ein Ziel das zu töten sich lohnt ein Baumeister weniger sehr schön so 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 passt 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 so Feuerpfeile werden natürlich irgendwann noch gut so wo sind meine Reiter mal ein Glück dass die da jetzt nicht sterben so 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 jetzt wollen wir mal hier Schaden machen ok so so Ich glaube, wir haben es jetzt. Oder auch nicht. Irgendwie sind diese Bombenwerfer sehr, sehr mächtig. Seht ihr das? Die sind wirklich sehr, sehr mächtig. Na gut. Er gibt auf. Okay. Dann können die sich zurückziehen. Der Rest ist egal. Aber ich darf ja eh nichts behalten. Aber es ist in Ordnung. Sieg. Sehr schön. Das war eine wichtige Schlacht. Und zumindest die Reiter sind ausgerüstet. Das war sehr wichtig. Das war verdammt wichtig. Oh ja, ja, ja. So, behalten darf ich wie immer nichts. Außer die Reiter. Und dass die jetzt ausgerüstet sind, ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Bringt nicht viel, aber besser als nichts. So, speichern. Nächste Episode. Zack, zack, zack. Untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017